Wenn die Eltern den Verdacht haben, das könnte eine Allergie sein, das ist das eine, ob es im Pass steht, das andere ist, dass es im Kopf ist. Und aus diesem Kopf muss es raus. Wir alle haben beigebracht bekommen, dass EBV und Ampicillin oder Amoxicillin was ist, was nicht zusammengeht und dass man dann ein EBV-Exanthem hat und dass das nicht allergisch ist. Das ist falsch. Wissensplattform. Praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit einer Folge zum Thema Delabeling von Antibiotika-Allergien. Am Mikrofon ist für euch Philipp Wingshardt, Arzt aus der AMBOSS-Redaktion. Ihr kennt es vermutlich auch, man möchte eine antibiotische Therapie einleiten, beispielsweise mit Amoxicillin, aber der Patient, die Patientin sagt, Moment mal, ich glaube, ich habe eine Penicillin-Allergie. Ob das dann wirklich so ist, das lässt sich in der knappen Zeit oft schlecht herausfinden. Unsere Auswahl an möglichen Antibiotika verkleinert sich aber. Da wäre es doch klasse, wenn wir alle in einem Strang ziehen würden und Klarheit in diese unklaren, vielleicht vermeintlichen Antibiotika-Allergien bekommen würden. Für Kinder gibt es da seit kurzem eine ganz klare Handlungsempfehlung, das Delabeling. Und wie das funktioniert, das besprechen wir heute. Dazu begrüße ich herzlich Dr. Lars Lange. Er ist Kinderpneumologe und Allergologe, leitender Oberarzt der Pädiatrie am Sankt-Marien-Hospital in Bonn und obendrauf auch Vizepräsident der Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie, GPA. Dort leitet er die Arbeitsgruppe Arzneimittelallergie. Da haben wir heute also die geballte Expertise zum Thema Delabeling vertreten. Dr. Lange, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im AMBOSS-Podcast sind. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, das Thema hier mal darzustellen. Sie sprechen es gleich an. Es sagt ja jetzt vielleicht nicht jedem etwas, Delabeling von Antibiotika-Allergien. Was versteht man denn darunter? Also, Delabeling ist der Wunsch, einem Patienten ein Label zu nehmen, was er nicht braucht. Das bedeutet, wenn man in der Notaufnahme sitzt, irgendwann mal an einem Freitagnachmittag und es kommt entweder ein Kind oder auch eine 90-jährige Dame in die Ambulanz, in die Sprechstunde und hat eine Pneumonie und man will ihr leitliniengerecht Amoxicillin oder Ampicillin aufschreiben, wenn es in der Klinik ist, dann sagt die oder die Eltern, ich glaube, ich habe eine Penicillin-Allergie. Da war mal was. In meiner Kindheit hatte ich mal irgendwas. Und wenn es richtig super gelaufen ist, dann packt die einen Allergiepass aus, die ältere Dame oder die Eltern und dann steht da Amoxicillin drin. Meistens steht aber nichts drin, sondern man hat nur diese Geschichte mit, da war mal was. Und dann steht man da und darf sich überlegen, ob man in dieser Situation jetzt das Risiko geht und sagt, ach, das wird schon nichts gewesen sein oder ob man wirklich das Antibiotikum aufschreibt, eine alternative wählt. Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Und dieses Label, diese Last von den Schultern sowohl der Kollegen als auch der Familien zu nehmen, der Patienten zu nehmen, das ist das Delabeling. Das heißt, wir wollen klären, ob jemand medikamentenallergisch ist oder nicht. Ist das denn häufig, dass jemand eine vermeintliche Allergie hat, die dann in Wirklichkeit eigentlich gar keine ist oder war? Ja, extrem häufig. Das war meine erste wissenschaftliche Arbeit 2001 oder was. In der Uni Köln, da habe ich mal tausend Leute, die in die Notaufnahme gekommen sind, gefragt, glauben Sie, dass Ihr Kind allergisch ist gegen ein Arzneimittel? Und das waren immerhin zehn Prozent, die das damals gesagt haben. Und das waren Kinder. Und je älter die Menschen werden, umso höher wird natürlich die Zahl der vermuteten Reaktionen. Also das heißt, der vermeintliche Glaube daran, allergisch zu sein gegen irgendwas, weil eine Aufklärung nicht vernünftig erfolgt ist, ist schon sehr hoch. Zehn Prozent, das sind auch die Zahlen, die ich in der Literatur gesehen habe. Wie groß ist denn das Delta? Wie viele haben denn wirklich eine Antibiotika-Allergie? Wenn es jetzt um die Beta-Lactam-Antibiotika und dafür ist dieses Delabeling eigentlich, also eigentlich ist der Begriff für Beta-Lactam-Allergien entwickelt worden. Da sind wir, je nach Literatur und wo man mal guckt, im Kindesalter bei einem Prozent, bei größeren Menschen und je nachdem, welches Krankheitsbild, welches Erscheinungsbild der Reaktion damals stattgefunden hat, kann man vielleicht bis zu zehn Prozent hochgehen. Aber es ist wirklich so, dass bei der absoluten Mehrzahl der Patienten eben keine Allergie vorliegt. Und deswegen ist es wichtig, das zu klären und diese Last von den Schultern zu nehmen. Können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, was denn überhaupt diese falsch hohen Allergiezahlen für unser Gesundheitssystem bedeuten? Das ist tatsächlich sehr, sehr schön untersucht. Da gibt es viele große Studien zu, die sagen, dass die Arzneimittelallergien oder die vermuteten Arzneimittelallergien eine richtig hohe Belastung für das Gesundheitssystem darstellen. Also da gibt es tatsächlich Berechnungen, die sagen, wie viel Milliarden Dollar da pro Jahr eingenommen werden. Aber es gibt Studien, die zeigen ganz klar aus riesigen Kollektiven, aus Krankenhausdaten, dass Patienten, die mit dem Verdacht auf eine Antibiotika-Allergie aufgenommen werden, meistens mit weniger wirksamen Breitspektrum-Antibiotika behandelt werden, damit eine längere Krankenhausaufenthaltsdauer haben, schwerere Verläufe haben, eher auf Intensivstationen landen und sogar eher sterben. Also es ist so, dass die Komplikationsrate bei diesen Patienten wirklich höher ist, weil sie eben nicht die optimale antibiotische Therapie bekommen. Beta-Laktame sind einfach super wirksam. Und wenn man alle Beta-Laktame rausschmeißen muss, weil einer sagt, ich glaube, da war mal was mit Penicillin, dann ist das ein gesundheitliches Problem. Deswegen ist das auch fürs Gesundheitssystem super wichtig, dass wir uns darum kümmern. Und das ist ein Grund für unsere Initiative. Auch hinsichtlich Resistenzentwicklung. Also es werden ja dann Reserve-Antibiotika, Wanko oder sonst Makrolide auch eingesetzt. Ja, auf jeden Fall. Und das ist im Erwachsenenalter hat man ja noch die Wahl. Aber im Kindesalter können wir ja viele Antibiotika gar nicht einsetzen, weil die einfach nicht zugelassen sind für dieses Alter. Und deswegen haben wir wirklich ein Problem, wenn wir auf Beta-Laktame komplett verzichten müssen. Sie haben es ja gerade angesprochen. Die Palette, mit der wir Kinder antibiotisch behandeln können, ist eingeschränkt. Es gibt daher entsprechend ziemlich häufig Fragezeichen, welchem Kind man wann welches Antibiotikum geben sollte. Und deswegen haben wir für euch auch eine AMBOSS-Online-Fortbildung dazu erstellt. Die heißt Ambulante Antibiotikatherapie bei Kindern, bringt 21 CME-Punkte. Und dann ist immer klar, was man bei so Klassikern wie Halsschmerzen, Ohrenschmerzen, Husten geben sollte. Aber natürlich besprechen wir auch Symptome wie Dysuri, Hautinfektionen und so weiter. Und so behandelt ihr eure kleinen Patientinnen und Patienten dann immer sicher und leitliniengerecht. Link und Rabattcode über 20% in den Shownotes. Jetzt aber nochmal zum Delabeling. Wie kommt es denn dazu, dass Kinder so häufig fälschlicherweise das Label Antibiotika allergisch bekommen? Naja, also zum einen ist es so, dass die Menschen natürlich nicht ganz richtig einschätzen können, was ist eine allergische Reaktion. Das fängt damit an, dass es ja nun bestimmte Nebenwirkungen gibt, die auftreten können, wo die Patienten vielleicht nicht drüber aufgeklärt werden. Also dass sie eben Durchfall haben, zum Beispiel durch eine Antibiose. Das kann passieren. Dass durch bestimmte Makrolide kann Übelkeit, Erbrechen auftreten, weil sie prokinetisch wirken. Und allein das, was eben klassische Nebenwirkungen sind, das kann schon von den Patienten falsch gedeutet werden. Das ist aber nur das eine. Das ist das, was man eigentlich relativ klar und schnell klären kann, wenn man mit den Patienten redet. Viel entscheidender ist es, dass es eben sehr häufig im Rahmen der Infektionen Hautveränderungen gibt. Und das ist meistens der Grund für den Verdacht auf eine Antibiotikaallergie. Also sehr, sehr viele Virusinfekte machen einfach per se einen Hautausschlag, egal ob man Antibiotika nimmt oder nicht. Und das sorgt dafür, dass die Patienten dann denken, aha, warte mal, ich habe einen Hautausschlag, ich nehme ein Medikament. Also Allergie, aha, das wird schon das Medikament sein. Die Schlussfolgerung ist ja zumindest nicht ganz abwegig. Also ich denke, da kann man die Leute verstehen, die diese Schlussfolgerung ziehen. Das kann ja aber auch unter Kolleginnen und Kollegen durchaus auch passieren. Das wirkt ja naheliegend. Ja, leider. Also es fehlt einfach die allergologische Grundausbildung und die allergologische Grundkenntnis. Allergologie ist sowieso, na gut, es ist mein Beruf, das zu sagen. Aber Allergologie ist eh unterrepräsentiert in der Ausbildung. Und deswegen ist das leider etwas, was sehr häufig fehlgedeutet wird. Und dann hat man auch da natürlich wieder das Problem der Notambulanzen. Wenn dann jemand reinkommt, irgendwann in der Nacht oder am Wochenende und sagt, ich nehme das Antibiotikum, ich habe diesen Ausschlag, dann nimmt man sich nicht die Zeit, eine ausführliche Anamnese zu machen, sondern dann sagt man, aha, könnte damit zu tun haben. Meistens sagen die Kollegen ja gar nicht, das Kind ist allergisch, sondern die sagen, könnte damit zu tun haben, lassen Sie es mal weg. Was mir wichtig wäre, wäre der Halbsatz dabei, gehen Sie zum Allergologen und lassen Sie das mal klären. Das ist was, was wichtig ist, wo ich aber tatsächlich auch weiß, dass viele das schlussendlich gar nicht machen. Aber wir versuchen gerade unter den Kinder- und JugendarztInnen das sehr zu verbreiten. Und dieses Konzept des Delabelings ist eben gerade auch dafür gemacht, dass man es ganz einfach in der Praxis machen kann, ohne Allergologe zu sein, Allergologin zu sein. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns ja im zweiten Teil dieser Episode an. Könnten wir uns davor noch mal den Symptomen widmen, die auf eine Allergie hinweisen oder die das vielleicht auch fälschlicherweise tun? Könnten wir die so ein wenig gegenüberstellen, sagen wir, echte Symptome Allergie und ich nenne es mal Pseudosymptome Allergie? Prinzipiell muss man bei den Medikamentenallergien, gerade bei Kindern, zwei Hauptgruppen unterscheiden. Das eine ist das, was sich die meisten unter Allergie vorstellen. Das sind die allergischen Sofortreaktionen. Das ist dann IgE-vermittelt. Das heißt, das ist was, man hat Kontakt mit irgendwas. Der Körper reagiert bis hin zur Anaphylaxie mit Schwellung, Urticaria, Atemnot, Kreislaufproblemen, gastrointestinalen Beschwerden. Das ist so der Klassiker, wenn man Antibiotikum intravenös spritzt. Das ist was, was vorkommen kann in der perioperativen Anaphylaxie und so weiter. Also das sind so die Klassiker. Diese Dinge sind, und das ist das Zentrale bei der Antibiotika-Allergie, sehr zeitlich begrenzt. Also das heißt, ich habe Kontakt damit und ich muss eigentlich sensibilisiert sein. Und damit ist bei der ersten Gabe des Antibiotikums, bei dem ersten Kontakt, findet eine Reaktion statt. Also das heißt, die Eltern kommen, sagen, ich habe meinem Kind das Antibiotikum gegeben und es ist sofort rot geworden. Dann hat Husten gekriegt. Dann muss man auf jeden Fall an eine Sofortreaktion denken und das Medikament absetzen. Das ist aber selten bei Kindern. Also es ist wirklich etwas, was ich nicht oft im Jahr sehe bei mir in der Sprechstunde. Das, was viel, viel häufiger ist und wo es bei dem Delabeling drum geht, ist das sogenannte maculopapulöse Exanthem oder der, wie wir aus der englischen Literatur übernommen haben, der benign rash, also der gutartige Ausschlag. Und das ist was, was auch einen typischen Ablauf hat von der Zeit her, nämlich, das ist eine T-Zell vermittelte Reaktion, also eine allergische Spätreaktion. Das bedeutet, dass der Patient, wenn er das Medikament genommen hat, erstmal die T-Zellen im Körper aktivieren muss und dann anfängt, einen Ausschlag zu bekommen. Das ist meistens ein erst mittelfleckig, dann großfleckig, auch konfluierender Ausschlag. Man sagt auch Morbiliform, aber die meisten heute wissen gar nicht mehr, wie Masern aussehen. Also insofern ein großer Ausschlag, der am Rumpf beginnt und sich dann auf die Peripherie ausbreitet. Und wenn es gut läuft, haben die Patienten, und so ist es meistens, keine Krankheitssymptome dabei und auch nur einen relativ geringen Juckreiz. Und das, was bei den meisten Patienten aber noch davor gelagert sein muss, ist, dass sie sich sensibilisieren. Also das heißt, die meisten Kinder haben noch nicht auf ein Antibiotikum reagiert. Und da braucht der Körper ungefähr fünf Tage unter der Therapie, bis er sich sensibilisiert. Und dann nochmal drei Tage draufgerechnet, bis die Reaktion dann tatsächlich stattfindet, sodass meistens der Ausschlag am Ende der ersten Therapiewoche auftritt. Also am Ende der Therapie, weil die meisten Infektionen werden ja eine Woche behandelt und nicht viel länger. Und das bedeutet, wir haben eigentlich eine relativ klare Vorstellung davon, wenn ein Hautausschlag sofort auftritt, denken wir an Allergien. Und wenn der Hautausschlag am 6., 7., 8., 9.10. Tag auftritt, dann denken wir auch an Allergien. Wenn das ein Hautausschlag ist, der am zweiten oder dritten Tag auftritt und das Kind vorher nie reagiert hat auf ein Antibiotikum, nie irgendwelche Zeichen einer Hautveränderung gezeigt hat bei Antibiotikagabe oder nie ein Antibiotikum bekommen hat, dann ist es ausgeschlossen eigentlich, dass es eine allergische Reaktion sein kann. Also das ist schon der Punkt 1, wo wir nach gucken. Wir gucken nach dem zeitlichen Ablauf. Da eine kleine Rückfrage. Ab wann kann ich denn nach hinten sozusagen Sicherheit haben? Also wenn es jetzt an Tag 9 auftritt? Also das geht schon. Es gibt auch seltene, die wir jetzt hier nicht besprechen, weil die nicht zum Delabeling gehören, seltene Arzneimittelreaktionen, die nach zwei, drei Wochen auftreten. Das sind aber meistens schwere Arzneimittelreaktionen. Die Hautveränderungen treten bis zu maximal 48 Stunden nach Absetzen des Antibiotikums auf. Also auch das ist was, wenn das Antibiotikum zwei Tage vorher beendet wurde und dann gibt es einen Ausschlag, hat es auch nichts mehr damit zu tun. Ja, das kann man auch sicher sagen. Sodass am zehnten Tag oder so, das kann schon noch damit zu tun haben. Aber viel länger macht man eine antibiotische Therapie meistens auch nicht. Okay, also ich als Nicht-Allergologe merke mir jetzt, wenn Urticaria-Anaphylaxie wie Zeichner-IGE-vermittelten Sofortreaktionen in kurzer Zeit nach Antibiotikagabe eintritt oder eben sechs, sieben, acht Tage nach Antibiotikagabe und laufender Therapien, Makulopapylöses-Exanthem, dann denke ich, das könnte eine Arzneimittelreaktion sein. Ganz genau. Und was eben ganz wichtig ist, ist die Einordnung der Benignität sozusagen. Also das heißt, dass man dafür sorgt, dass keine kritischen Zeichen da sind. Und kritische Zeichen wäre bei so einem spätauftretenden Ausschlag, dass der Patient eine Beteiligung der Mucose hat, also irgendwo die Schleimhäute betroffen sind, dass der Patient eine AZ-Verschlechterung hat, Fieber und ein erneutes Krankheitsgefühl, dass es eine Blasenbildung gibt, dass es so kleine eitrige Papeln gibt. Das wären alles Zeichen für andere Hautveränderungen, wenn die Hautveränderungen sehr schmerzhaft sind. Das sind alles andere Erkrankungen, andere Arzneimittelreaktionen oder eben auch Reaktionen, die nicht mit dem Arzneimittel zu tun haben, die alle extrem selten sind, aber wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Und das heißt jetzt, abgesehen von der Anaphylaxie, achten Sie als Allergologe nur auf die Haut? Also jetzt Symptome wie Durchfall, Kopfschmerzen, Erbrechen, Ähnliches? Also Durchfall bei Antibiotika, wie gesagt, ist eine Nebenwirkung. Erbrechen ist eine Nebenwirkung, wenn es jetzt nicht zusammen mit der Haut auftritt. Und gerade eben diese makulopapulösen Exantheme sind tatsächlich reine Hautreaktionen. Also da ist nicht viel anderes. Man muss da auch keine Leberwerte testen oder sowas. Wenn die Kinder eine allgemeine Zustandsverschlechterung haben, hohes Fieber, dann muss man Labor abnehmen. Aber ansonsten denke ich wirklich nur an die Haut. Das ist natürlich jetzt der Fall, wenn man es selbst beobachtet. Viel häufiger ist natürlich, dass man mit Kindern oder Erwachsenen zu tun hat, die sagen, ich hatte da mal was. Dann ist natürlich nicht mehr so erinnerlich. War das jetzt makulopapulös oder haben sich da vielleicht auch Bläschen oder Ähnliches gebildet? Ja, also das ist halt eben der Job des Allergologen, dass man dann wirklich sich hinsetzt und versucht, erstmal rauszufinden, gibt es Handyfotos. Heutzutage gibt es oft Handyfotos. Ob da Blasen waren oder so, ob der Mund betroffen war, das können die Eltern einem schon meistens sagen. Dass wenn da eine zeitnahe Vorstellung erfolgt, also jetzt nicht drei, vier, fünf Jahre später, dann ist das meistens schon was, was geklärt werden kann. Was aber wichtig ist, ist, dass die Kollegen draußen in den Praxen das wissen und dass die halt, wenn ein Kind am zweiten Tag mit einem Ausschlag kommt und mit so einem typischen Virus-Exanthem, so ein feinfleckiges Exanthem, was vielleicht an den Händen und Füßen anfängt sogar, dass man da sagt, nee, nee, das ist keine Allergie. Also das hat nichts mit Allergie zu tun. So sehen Allergien nicht aus, machen sich keine Sorgen, sie können das weiternehmen. Und es ist super wichtig, dass man das ausspricht. Wenn die Eltern den Verdacht haben, das könnte eine Allergie sein, das ist das eine, ob es im Pass steht, das andere ist, dass es im Kopf ist. Und aus diesem Kopf muss es raus. Das ist jetzt ein relativ klarer Fall. Zweiter Tag, gibt es denn sowas wie Graubereiche, wo Sie sagen würden, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, da lieber in die Facharztpraxis überweisen? Also der Punkt ist, dass die Ambulanzen ja alle leider furchtbar voll sind. Und genau das ist der Trick vom Delabeling. Also der Trick ist, dass man eben die Kinder, die einen benallen Rash haben, also das heißt, die verspätet kommen, also mit einem Exanthem am sechsten Tag, fünften, sechsten, siebten, achten Tag, sage ich mal. Und die nur diesen Ausschlag hatten, der ging über zwei, drei Tage, hat nicht wesentlich gejuckt, den Kindern geht es nicht schlecht dabei, dass das jeder Kinderarzt in seiner Praxis testen kann. Und das kann man nicht hundertprozentig trennen. Also man kann nicht hundertprozentig sagen, das ist nichts. Trotzdem sind, wenn man diese Kinder provoziert, maximal zehn Prozent von denen wirklich allergisch. Und deswegen kann man das testen. Und es kann einem auch nichts passieren dabei, weil die Kinder reagieren nicht schwerer, als dass sie wieder ein bisschen Ausschlag haben. Sie haben es vorhin angesprochen, das Arzneimittel-Exanthem, das juckt nicht. Wenig. Wenig, okay, alles klar. Meistens wenig. Also wenn die Kinder stark betroffen sind, macht man das eigentliche Delabeling auch nicht. Das wird dann in der Allergologenpraxis gemacht, da wird vielleicht ein Hauttest noch gemacht, aber eben für die leichten Fälligen. Und das ist die überwiegende Mehrzahl. Kann ich nochmal nachfragen wegen dieser Provokation. Also Sie haben dann ein Kind mit einem makulopapulösen Exanthem. Sie vermuten, dass das eine T-Zell-vermittelte Allergie auf das Antibiotikum ist. Und dann geben Sie trotzdem nochmal das Antibiotikum. Genau, weil sich eben in nur zehn Prozent der Fälle herausstellt, dass es wirklich eine Allergie ist. Ja, also bei diesen Kindern, die den Ausschlag haben, sind immer noch die meisten Virusexantheme. Die allermeisten Exantheme, die da auftreten um die Zeit, sind Virus- oder auch meinetwegen bakterielle Exantheme, infektionsbedingte Exantheme, Infektorticaria, sonst irgendwas und eben keine Allergie. Wird das denn gemacht in der Breite, dass da Provokationstests durchgeführt werden, beziehungsweise werden viele Kinder mit Eltern zu Ihnen überwiesen, damit Sie das dann durchführen? Ist das eine große Zahl? Ja, leider nicht so groß. Also leider ist es so, dass nicht so wahnsinnig viele Patienten vorgestellt werden damit. Also natürlich passiert das immer wieder und natürlich haben wir bestimmt jede Woche mal ein Kind, was bei uns aufgenommen wird, wo es dann heißt, da ist der Verdacht auf, soll ich jetzt das Antibiotikum geben oder nicht? Oder, dass wir irgendwie einen Ausschlag haben auf Station. Da mache ich es dann teilweise auch so, dass wir direkt provozieren. Das gucken wir uns an und sagen, okay, das passt jetzt oder das passt nicht. Und bevor jetzt einfach auf ein anderes Antibiotikum umgesetzt wird, sagen wir, okay, dann machen wir die nächste Gabe so, du kriegst zuerst ein Zehntel, dann warten wir eine Stunde und dann kriegst du die ganze Dosis. Also jetzt nicht bei Anaphylaxin, das würde man nicht so machen, aber wenn es eben so ein Ausschlag am 5., 6., 7., 8. Tag ist und wir sind uns nicht sicher, dann ist das, was man direkt auf Station machen kann. Das muss man mit den Schwestern natürlich besprechen. Die fühlen sich dann oft nicht wohl, aber bei uns sind es gewohnt, weil wir viele allergologische Diagnostik machen und das ist dann, dann gehen die Eltern ohne Verdacht auf nach Hause und das ist wichtig. Also ich kann die nachvollziehen, die Kollegen da aus der Pflege, also auch auf mich wirkt das jetzt etwas tollkühn. Machen Sie das denn in IMC-Bereitschaft oder Intensivbereitschaft? Nein, einfach auf Normalstation. Also wir sind eigentlich zwar allergologisch ziemlich aktiv, aber eine kleine Klinik am Rande der Stadt, also das ist keine Uni. Und wie oft passiert das dann, dass es dann doch ernst wird? Eigentlich nie. Die meisten Reaktionen sind ja doch irgendwas, wo man sehr sicher ist, dass es eine Infektorticaria ist. Also zum Beispiel ein urticarielles Exanthem bei einem Kind, was mit einer Pneumonie da liegt. Wir haben im Moment so viele Mykoplasma-Pneumonien, das ist unfassbar und die haben fast alle irgendwann mal eine Infektorticaria. Mykoplasma machen das halt, ja. Und wenn wir die alle mit dem Stempel nach Hause schicken würden, Antibiotika-Allergie, dann wäre das doof. Okay, also Sie machen es auf Station. Jetzt haben wir aber schon gehört, dass Delabeling kann auch ambulant bei Niedergelassenen stattfinden. Wer hat denn da das Heft des Handelns in der Hand? Wer könnte das veranlassen, dass da weniger Antibiotika-Allergien am Ende zu Buche stehen? Also KinderärztInnen und HausärztInnen, die tatsächlich eben einen Ausschlag einordnen sollten als gefährlich oder nicht gefährlich und dann im Kopf eine Einordnung vornehmen. Ich glaube, das könnte eine Allergie sein. Dann müssen wir uns drum kümmern und nicht einfach nur sagen, ach, lassen Sie das mal weg oder in die Karte schreiben. Vielleicht Amoxicillin-Allergie oder Verdacht auf oder so. So für sich als Memo, dass Sie in Zukunft was anderes aufschreiben, sondern den Eltern dann sagen, okay, wir klären das. Ich glaube, das war was oder ich glaube, das war nichts. Wenn Sie glauben, das war nichts, dann schreiben Sie auch nichts in die Karte. Und wenn Sie glauben, das war was, dann klären Sie es entweder selber oder Sie schicken das Kind zum Allergologen. Dann würde ich sagen, schauen wir es uns doch mal ganz konkret an. Was ist denn so der typische Delabeling-Fall in der pädiatrischen niedergelassenen Praxis? Na, der typische Delabeling-Fall ist, Sie haben dem Kind ein Antibiotikum aufgeschrieben für eine Otitismedia. Die Eltern kommen am 3., 4., 5., 6. irgendwann an irgendeinem Tag halt wieder und sagen, guck mal, mein Kind hat einen Ausschlag. Oder Sie kommen am Montag in die Praxis und sagen, wir waren am Wochenende beim Notdienst, mein Kind hatte einen Ausschlag. So, und dann versucht man, die Situation einzuordnen, zeitnah, direkt eben mit dem, was man da vor sich sieht. Das heißt, man guckt sich Handyfotos an, man guckt sich das Kind an, guckt, hat das Kind gelitten, also ging es dem Kind irgendwie schlecht? Oder hat es wirklich nur ein makulopopulöses Exanthem? Und dann würde man den Eltern, je nachdem, ob man den Eindruck hat, da ist was oder da ist nichts, oder man kann es halt eben nicht einordnen, würde man sagen, okay, gut, das war jetzt ein leichter Ausschlag durch das Antibiotikum. Und möglicherweise durch das Antibiotikum. Allerdings ist es meistens so, dass diese Ausschläge nicht durch die Antibiotika verursacht werden und deswegen würde ich das gerne nochmal testen. Und wir verabreden uns jetzt, sie kommen in 4 Wochen nochmal wieder. Also so ein Abstand von 4 bis 6 Wochen ist eine ganz gute Geschichte eigentlich dafür. Und dann testen wir das. Und testen bedeutet in diesem Fall, dass man dem Kind das Antibiotikum, wenn es gesund ist, in der richtigen Dosis einmal in der Praxis gibt. Und das bedeutet, man setzt das Kind dahin und gibt ihm eine Dosis Amoxicillin. Man kann das, wenn die Eltern vorsichtig sind, wenn man selber ein vorsichtiger Charakter ist, auch so machen, dass man erstmal ein Zehntel gibt und dann die ganze Dosis. Aber wir haben uns bei der Empfehlung erstmal auf das bezogen, was die meisten am liebsten sicher machen. Und am liebsten ist einfach eine Dosis und fertig. Und jetzt nicht lange den Patienten in der Praxis rumsitzen haben. Und dann würde man den Patienten, wenn man ihm diese Dosis gegeben hat, eine Stunde in der Praxis sitzen lassen. Und nochmal angucken, ob was passiert. Und dann gibt man ihm das Antibiotikum mit. Und die Eltern sollen dann am nächsten Morgen wieder beginnen, das Antibiotikum zu geben über zwei weitere Tage. Sodass wir also drei Tage Therapie haben und wenn irgendwelche Veränderungen auftreten, sollen die Eltern sofort wiederkommen und oder Fotos machen. Wenn abends irgendwas ist oder so, dann kommen sie halt am nächsten Morgen, machen aber ein Foto von dem Kind, damit man das richtig einordnen kann. Und wenn aber keine Hautveränderungen auftreten nach drei bis fünf Tagen, also 48 Stunden nach Ende der Provokation, dann muss man den Eltern ganz klar sagen, das muss man auch wirklich deutlich kommunizieren, damit ist die Allergie ausgeschlossen. Ihr Kind hat keine Allergie gegen Amoxicillin und wir können das wieder geben. In der initialen Situation mit der Otitis, hätten Sie da dann das Antibiotikum schon abgesetzt oder hätten Sie das weitergegeben? Ne, wenn ein Kind tatsächlich ein Exanthem hat, was am fünften Tag auftritt und was möglicherweise einem makulopapulösen Exanthem entspricht, wo man sagt, das kann ich jetzt gerade nicht sicher einordnen, dann ist es schon okay, wenn man das wechselt. Also wenn man dann sagt, okay, wir hören jetzt auf, meistens behandeln wir sowieso heutzutage zu lang, wenn man sich Antibiotik-Sewa-Chip anguckt, dann sind wir viel zu lang in vielen Therapieempfehlungen und am fünften Tag kann man die meisten Erkrankungen aufhören, aber dann müssen wir, wenn wir glauben, dass wir weiter behandeln müssen, müssen wir wechseln. Und das Ganze aber wirklich nur, wenn das Exanthem passt, vom Stamm ausgehen, makulopapulös. Absolut. Geben Sie Antibiotikum weiter? Ja, also ich verlange nicht von den Kollegen da draußen, dass sie das sicher einschätzen, vor allen Dingen, wenn sie jetzt den Podcast nur hören und keine Bilder dazu sehen und nicht ausgebildet sind als Allergologen. Mir ist es wichtig, wenn sie sich unsicher sind, dann ist das mit dem Delabeling so einfach, dass man das selber machen kann. Dass man das aber auf jeden Fall eben sich vornimmt, das zu klären. Dass man nicht sagt, ich weiß nicht so genau und so eine halbe Sache, sondern nach sechs Wochen muss es ein Ja oder ein Nein geben. Und entweder sie sind sich aus irgendwelchen Gründen so sicher, dass sie es jetzt entscheiden und jetzt sagen, das ist Nein. Und wenn sie sagen Joa, dann nehmen sie sich vor, das sicher zu klären. Was muss ich denn befürchten, wenn ich jetzt, ich lasse ja das Kind dann eine Stunde bei mir in der Praxis sitzen, wenn das jetzt eine Sofortreaktion kriegt? Also das Sofortreaktion würde man eben nicht provozieren. Also Provokation macht man nur bei Spättypreaktionen, nur bei diesem benallen Rash. Sofortreaktion gehört eben wie alles andere, was diese Red Flags hat. Das heißt also, AZ-Verschlechen, was ich eben gesagt habe. Sofortiges Auftreten, Zeichen der Anaphylaxie, Luftnot, Kreislaufsymptomatik, Blistering, also das heißt Blasenbildung, Mucosa-Beteiligung, starke Schmerzen. Oder auch einfach nur einen Ausschlag, der wirklich eine Woche angehalten hat und richtig kacke war. Also dem Kind ging es schlecht, es hat super schlimm, Juckreiz gehabt oder so. Das sind alles so Sachen, die fallen raus beim Belabeling. Sondern es ist das, die niedergelassenen Kollegen wissen, das ist bestimmt alle, was ich meine. Das ist so ein bisschen Ausschlag über zwei, drei Tage. Das ist das, worum es geht und was wir eben klären wollen. Aber ich lasse das Kind doch bei mir eine Stunde in der Praxis, um... Und da passiert nichts. Aber was mache ich denn dann, wenn was Schlimmes passiert? Was ist meine Sorge? Warum lasse ich das Kind eine Stunde bei mir sitzen? Es gibt ganz vereinzelt Beschreibungen von Kindern, die Sofortreaktionen haben. Möglicherweise, das kann man aus den Studien immer schlecht rauslesen, weil die Anamnese nicht ordentlich erhoben wurde. Weil da eben doch die Kinder mit der Sofortreaktion reingefallen sind. Und weil da eben nicht klar war, was für eine initiale Reaktion war. Und wenn die dann irgendwie 100 Kinder da so provozieren, fassen das zusammen, dann ist mal eins dabei, was doch eine milde Sofortreaktion hat. Und dann war da ja wahrscheinlich ein Anamnesefehler. Ansonsten kann man davor natürlich auch noch die AMBOS-SOP anaphylaktischer Notfall lesen. Absolut. Also eigentlich, wenn man eine gute Anamnese hat, wenn man den Patienten vielleicht selber gesehen hat im Zustand des Ausschlags und sicher weiß, da sind keine Red Flags aufgetreten, dann kann nichts passieren. Es ist wirklich so, wenn der Ausschlag auftritt, man sollte dem Patienten vielleicht eben Zetrizin zur Verfügung stellen und sagen, okay, wenn der Ausschlag aufsteht, machen Sie ein Foto, kommen Sie her. Und wenn das jetzt irgendwie abends um acht ist, dann können Sie Ihrem Kind Zetrizin geben. Ja, aber ansonsten ist da nichts zu erwarten. Und wenn der Ausschlag dann am nächsten Tag so doll ist, dass die Eltern sich Sorgen machen, können Sie eben notfalls auch mal ein Steroid geben für ein, zwei Tage oral. Aber das ist super selten. Das ist wirklich echt selten. Eigentlich ist es eine sehr sichere Geschichte. Wichtig ist der Einstieg und dass es eben wirklich ein benign rash ist, also ein gutartiger Ausschlag. Jetzt waren wir in der pädiatrischen Praxis. Wie sieht es bei AllgemeinmedizinerInnen aus? Gibt es da Unterschiede bei Erwachsenen? Würde ich da ähnlich vorgehen? In der Erwachsenenmedizin ist es so, dass das häufig komplexer ist, weil die Geschichten liegen viel weiter zurück. Die Patienten haben mehrere Erkrankungen, haben vielleicht eben wirklich auch Allergiepässe, wo sechs, sieben Sachen drinstehen, sodass das eine komplizierte Geschichte ist. Die makulopapulösen Exantheme sind auch etwas, was relativ typisch ist fürs Kindesalter. Und auch diese Hautausschläge bei Antibiotika-Gabe, also diese Virusexantheme, sind sicherlich viel, viel, viel häufiger bei Kindern als bei Erwachsenen. Was den Patienten schon sehr helfen würde, ist, dass man sich festlegt, dass man halt, wenn man einen Patienten hat, der kommt mit dem Verdacht auf eine Arzneimittelallergie, dass man das für den Patienten einordnet und mit dem Patienten einordnet und sagt, nee, also wenn sie Durchfall haben oder wenn sie Herzrasen haben, wenn sie Salgutamol inhaliert haben, dann ist das nicht allergisch, machen sich keine Sorgen. Und dass man die Patienten dann auch schickt und eventuell dann allergologisch vorstellt. Ja, wenn es wirklich nur so ein mildes makulopapulöses Exantheme ist, dann kann man auch dieses Delabeling-Vorgehen auch bei einem Erwachsenen machen. Aber ich weiß von Gesprächen mit den Erwachsenenärzten, dass das nicht so häufig ist, kein so großes Problem in dieser ganz einfachen Art, wie wir es aus dem Kinder- und Jugendalter kennen. Sehr gut, jetzt haben wir also den häufigsten Fall gehört und auch ganz konkret gehört, wie man vorgeht. Abwarten, bis das Kind gesund ist, provozieren über drei Tage, dann noch 48 Stunden später abwarten, wenn nichts kommt, hat es sicher keine Penicillinallergie. Genau. Okay, und wenn es eine Penicillinallergie hat, wenn der auftritt? Also, wenn der Ausschlag auftritt, dann ist es super wichtig, dass man, und das kann man dann überlegen, ob man das in der Praxis noch macht, sichere Alternativen testet. Ein Arzneimittelallergiepass sieht anders aus als andere Allergiepässe. Es gibt sowieso nicht so viele Allergiepässe, die man sinnvoll ausstellt, aber das ist ein anderes Thema. Dieser Arzneimittelpass sollte klare Informationen enthalten und da sollte drinstehen, allergische Reaktion auf Amoxicillin mit makulopopulösen Exanthemen, aufgetreten am fünften Tag. Und dann muss da drunter stehen, sichere Alternativen, damit der Patient und vor allen Dingen der Kollege, der den Patienten dann freitags nachmittags in der Notaufnahme sieht, weiß, was er tun soll. Und damit müssen sichere Alternativen getestet werden. Und die Testung der sicheren Alternative gehört dazu, dass man da entsprechende Listen sich auch anguckt. Es gibt Paper zum Delabeling, was auch frei runterladbar ist. Ich weiß gar nicht, ob Sie sowas in Shownotes verlinken. Ja, klar, gerne. Zum einen die Leitlinie Beta-Lactam-Antibiotika-Allergie. Da gibt es Tabellen mit den Kreuzreaktionen, die man erwarten kann. Und es gibt eben dieses Paper zum Delabeling, was auch frei verfügbar ist. Und da ist auch die entsprechende Tabelle drin. Und da findet man dann zum Beispiel, dass die Aminopenicilline eben zu den höhergradigen Cephalosporin keine hohe Kreuzreaktivität haben, sodass wir dann also eine Testung machen würden mit Cephodoxim zum Beispiel oder Cephexim. Dem Patienten das auch geben, auch genauso in so einem Delabeling-Prozess mit den drei Tagen. Und dann in den Pass reinschreiben, keine Aminopenicilline. Vorsicht bei Aminocephalosporin aufgrund der Kreuzreaktivität. Sichere Alternative sind zum Beispiel höhergradige Cephalosporine. Ist das schwierig, da die Eltern mit an Bord zu kriegen? Ich kann mir vorstellen, wenn man sagt, ihr Kind ist jetzt gesund, wir geben ihm jetzt drei Tage Antibiotikum, dass das nicht so gut ankommt. Wenn man denen sagt, worum es geht und wenn man sagt, das sind die gut verträglichen Antibiotika und sie wissen ja Resistenzentwicklung und so weiter, dann hat man die relativ schnell. Also es gibt so ein paar Keywords, wo Eltern relativ schnell dabei sind. Und wenn man von Resistenzen redet, dann haben die schon immer Angst und machen das auch und verstehen, dass es wichtig ist, das zu klären. Aber vor allen Dingen, wenn man ihnen eben sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie hier rausgehen und ihr Kind hat keine Allergie, ist bei 90 Prozent, dann machen das die Eltern. Ist es denn so, dass im Regelfall die gleichen Zuweiser zu ihnen in die Ambulanz überweisen oder haben sie da eine große Streuung? Naja, es gibt schon eben Kinderarztpraxen, die sehr aufmerksam mit dem Thema umgehen und die bei mir jetzt das natürlich ausnutzen, dass sie es einfach haben, mir den Patienten zu schicken und das jetzt nicht machen müssen mit dem Delabeling selber. Wobei wir das ja eben auch noch nicht so sehr in die Kinderarztpraxen gebracht haben und ganz froh sind, dass wir das jetzt eben mit so einem einfachen Konzept den Kollegen nahe bringen können, dass sie es selber machen können. Das Paper und diese Empfehlung, das so zu machen, ist ja wirklich ein paar Monate erst alt. Und dass die Stärke dieses Papers ist, dass wir uns eben mit der Arbeitsgruppe Arzneimittelallergie der Erwachsenenwelt, der DGAKI, also der Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie, die vorwiegend Erwachsenenärzte betreut, und der GPA, der Gesellschaft für Kinderallergologie, zusammengesetzt haben und eine gemeinsame Empfehlung geschrieben haben. Und das hat eine Weile gedauert. Das hat vor allen Dingen die Frau Dr. Neustädter gemacht aus Nürnberg. Das ist eine sehr aktive Kollegin, auch auf dem Gebiet der Arzneimittelallergie. Und das war vorher nicht alles so ganz klar, wie viele Tage provoziert man, macht man vielleicht ein Zehntel und dann ganz und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir halt eben die klare Empfehlung, wie man es machen soll. Und damit kann man dann auch arbeiten. Und das versuchen wir jetzt in die Welt zu tragen. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich hier bin. Ja, ist wunderbar, dass wir es heute besprechen können. Ich finde es ein sehr praxisnahes Thema. Lassen Sie uns doch noch in einen weiteren Fall schauen. Wir hatten ja jetzt gerade eine Otitis Media und da eigentlich auch schon fertig behandelt. Wie sieht es denn aus, wenn wir noch mittendrin sind in der antibiotischen Behandlung, auch ein bisschen kranker, sagen wir Verdacht auf eine Pneumonie. Und da kommt dann ganz typisch zum richtigen Zeitpunkt ein Kind, das so ein makulopapulöses Exanthem entwickelt hat. Ja, also in der Situation ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil das ist natürlich in der Notfallsituation muss man dann einfach, weil man meistens auch nicht so wahnsinnig viel Zeit hat, kurz versuchen, wie man das einordnen kann. Also das heißt, man kann fragen, hat das Kind den Ausschlag, wie lange ist das her, zu welchem Zeitpunkt ist der Ausschlag aufgetreten, wie hat der ausgesehen. Aber man wird in diesem Fall keine komplette allergologische Anamnese erheben können. Wenn die Eltern dann sagen, nee, ich habe aber eine Amoxicillin-Allergie und deswegen hat mein Kind das ja auch, dann kann man auch Amoxicillin aufschreiben. Das ist nicht so selten. Wenn da aber eben so eine unklare Geschichte ist, dann muss man leider erstmal auf Alternativen ausweichen. Im Prinzip wird man meistens auf Makrolida ausweichen wollen und wenn man richtig gut informiert ist und man ist sich sicher, dass diese Reaktion auf Amoxicillin aufgetreten ist, dann kann man auch, weil die Kreuzreaktionen gar nicht so häufig sind, auf Cephalosporine höherer Generation ausweichen, also Cephodoxim oder so, weil es da ziemlich unwahrscheinlich ist, dass eine Kreuzreaktion auftritt. Was ja dann häufig auch ein großer Punkt ist, ist EBV und Penicillin mit dazugehörigen Exanthemen. Was gibt es da zu wissen? Ja, das ist tatsächlich, wenn ich Vorträge zur Arzneimittelallergie halte, geht da immer das größte Raunen und die größten Widerworte durch die Zuhörerschaft. Denn wir alle haben beigebracht bekommen, dass EBV und Ampicillin oder Amoxicillin was ist, was nicht zusammengeht und dass man dann ein EBV-Exanthemen hat und dass das durch diese beiden Sachen zusammen auftritt und dass das nicht allergisch ist. Das ist falsch. Tatsächlich weiß man mittlerweile leider auch nicht vielen großen Studien, sondern aus kleineren Studien, dass die Patienten, die mit Amoxicillin behandelt werden und eigentlich eine EBV-Infektion hatten, dass die ganz häufig allergisch werden durch diese EBV-Infektion. Also das EBV verändert das Immunsystem, macht es reaktionsbereit und wenn man dann ein Allergen reinbringt, womit das Immunsystem gut umgehen kann, nämlich das Amoxicillin, dann entsteht wirklich eine Sensibilisierung und wenn man den Patienten dann später wieder Amoxicillin gibt, dann reagieren sie darauf. Und deswegen ist das auch einer von vielen Gründen, warum man EBV-Patienten nicht mit Antibiotika behandeln sollte und auch nicht mit Amoxicillin behandeln sollte, weil sie nämlich eine Allergie gegen Amoxicillin darunter entwickeln. Und deswegen muss man solche Patienten nicht abhaken als, ach, EBV-Exanthemen interessiert mich nicht, hat ja jetzt mit dem EBV zu tun, sondern ja, EBV macht Exanthemen, aber wenn man EBV mit Antibiotika behandelt, kann man Arzneimittelallergien produzieren. Das geht am besten mit Amoxicillin, das geht aber auch mit anderen Antibiotika. Und deswegen muss man Patienten, die da einen starken Ausschlag entwickeln, tatsächlich einer Diagnostik zuführen. Und das ist meistens so ausgeprägt, dass man das auch beim Allergologen macht und nicht klassisch als Delabeling. Ja, kann ich mir vorstellen, dass da regelmäßig dann Raunen durchs Publikum geht. Ganz spannender Punkt, vielen Dank dafür. Eine Frage hätte ich noch und zwar zur Desensibilisierung. Macht das denn Sinn bei Antibiotika-Allergien? Das gibt es selten. Also man würde in der Regel eine Meidung machen und würde keine Desensibilisierung machen, denn die Desensibilisierung bei Antibiotika-Allergien betreffen erstmal nur die Soforttyp-Reaktion. Und da geht es eben um Patienten, die ganz dringend ihr Antibiotikum brauchen. Also Mukoviszidose-Patienten, die immer wieder ihre Antibiotika-Gaben brauchen und wo die Keime dann irgendwann so problematisch sind, dass man nicht mehr wahnsinnig viel Auswahl hat. Da würde man tatsächlich eine Desensibilisierung machen. Das Problem bei der Medikamentendesensibilisierung ist, dass die relativ aufwendig ist. Es gibt nicht so wahnsinnig viel Erfahrung damit, weil es nicht viele machen, viele brauchen. Und es gilt nur für die Therapiedauer. Also es ist nicht so wie eine Allergen-Immuntherapie bei Gräsern, die dann zehn Jahre wirkt, wenn man sie durchzieht, sondern man muss jedes Mal, wenn man den Patienten wieder antibiotisch behandelt, wieder von vorne anfangen. Und deswegen ist das was, was wirklich nur Spezialfällen vorbehalten ist. Das heißt konkret, wenn man das einmal diagnostiziert hat, muss man es meiden. Wobei bei den Spättyp-Reaktionen, bei diesen milden, benallen Res, gibt es mittlerweile auch Studien, die zeigen, dass die nach drei bis fünf Jahren eventuell von alleine verschwinden. Also das heißt, dass es sich dann lohnt, nochmal eine Testung zu machen, gerne auch nochmal so ein Delabeling und dass es dann wirklich weg ist und die Kinder tolerant geworden sind, wie bei vielen allergischen Erkrankungen, Nahrungsmittelallergien oder so. Das bringt mich auch schon zu meiner nächsten Frage und zwar, wie Sie gerade mit so längeren Verläufen umgehen. Sie haben jetzt die fünf Jahre angesprochen, dass deine Allergie vielleicht auch schon wieder verschwunden sein könnte. Wie gehen Sie denn vor? Jetzt mal angenommen, wir haben Eltern vor uns sitzen mit einem neunjährigen Kind und braucht jetzt wieder ein Antibiotikum, aus welchem Grund auch immer. Und die sagen, ja, als ich sehr klein war, drei Jahre, da gab es mal fraglich was. So eine Art Ausschlag. Es gibt auch Handybilder. Stellen Sie denn dann jede Antibiotika-Allergie, jede fragliche auf den Prüfstand? Ja, schon. Weil ich nicht möchte, dass das in den Köpfen der Leuten ist. Also ich sage auf jeden Fall, das müssen Sie testen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind, was vor sieben Jahren einen milden Ausschlag hatte bei Amoxicillin, dass das jetzt im Moment noch allergisch ist, ist extrem gering. Wirklich. Also selbst wenn es damals allergisch war, kann es ja schon tolerant geworden sein. Aber trotzdem ist das natürlich was, wenn Sie vor allen Dingen den Patienten nicht kennen und Sie sagen in der Notaufnahme, hey, ich glaube das nicht, dann gehen die Eltern nach Hause. Wenn es total gut läuft, lösen Sie das Rezept ein und dann streiten die sich eine Weile und dann schmeißt die Mutter das Antibiotikum in den Müll und geht zum nächsten Arzt und sagt, nee, das mache ich nicht. Ich möchte mein Kind jetzt, es geht dem sowieso schon schlecht, der hat Ohrenschmerzen. Ich gebe ihm das jetzt nicht. Und das heißt, in diesem Moment müssen Sie, in der Notfallsituation müssen Sie auf die Eltern eingehen. Aber idealerweise kommt es dazu gar nicht, weil wir durch die Labeling alle vermeintlichen Beta-Lactam-Antibiotika-Allergien vom Tisch bekommen. Ich fasse die wichtigsten Punkte der heutigen Episode noch einmal in den Take-Home-Messages für euch zusammen. Die Labeling, das ist ein Prozess, in dem man einer vermeintlichen Beta-Lactam-Antibiotika-Allergie nachgeht, sie durch einen Provokationstest widerlegt und dieses Label Beta-Lactam-Antibiotika-Allergisch dann wieder verwirft. 10% der Bevölkerung geht davon aus, eine Penicillin-Allergie zu haben. Wir haben ja heute vor allem über Kinder gesprochen. Da hat nicht mal 1% tatsächlich eine Beta-Lactam-Antibiotika-Allergie. Diese falschen Allergiezahlen, die sind ein Problem. Zum einen ist das ein monetäres Problem. Personen mit diesem falschen Label bekommen teurere Antibiotika. Zum anderen ist das aber auch ein gesundheitliches Problem. Sie bekommen häufig schlechter wirksame Antibiotika, die nicht so breit wirksam sind, haben dadurch schlechtere Genesungsverläufe, längere Krankenhausaufenthalte und auch eine höhere Mortalität. Und ganz nebenbei erhöht sich auch die Gefahr für Resistenzen bei Reserve-Antibiotika. Warum haben so viele Kinder fälschlicherweise eine Antibiotika-Allergie? Das liegt vor allem daran, dass die Symptome einer Allergie nicht immer klar von einer Infektion getrennt werden. Für eine Allergie sprechen zum einen Symptom einer IgE-vermittelten Sofortreaktion. Das heißt, unmittelbar nach Kontakt zum Antibiotikum kommt es zu Schwellungen, Ultikaria, Atem- und Kreislaufproblemen bis hin zur Anaphylaxie. Das ist aber selten. Viel häufiger sind T-Zell-vermittelte allergische Spätreaktionen und die lösen ein makulopapulöses Exanthem aus. Das beginnt im Regelfall am Rumpf und breitet sich dann in die Peripherie aus. Das juckt wenig bis kaum und hat kaum begleitende Krankheitssymptome. Und hier ist der zeitliche Verlauf besonders wichtig. Dieses Exanthem, das erwarten wir als allergische Folge typischerweise am 5., 6., 7., 8. Tag. Und wenn das so ist, dann sprechen wir von einem benignen Rash, einem benignen Hautausschlag und dann können wir es mit einem Provokationstest versuchen. Vorsichtig sollten wir sein, wenn gleichzeitig Papeln vorliegen, Mucosabeteiligung, Schmerzen, AZ-Verschlechterung, Fieber. Das alles spricht zwar auch für eine allergische Spätreaktion, aber für eine der sehr seltenen gefährlichen, da würden wir nicht provozieren. Selbst wenn alle Symptome zu einer allergischen Spätreaktion passen, ist es nur in etwa 10% der Fälle dann tatsächlich eine Antibiotikaallergie, die das Exanthem auslöst. In etwa 90% der Fälle ist es schlichtweg ein viral oder bakteriell bedingtes Exanthem, das zufälligerweise im passenden Zeitraum auftritt. Und wenn man nun also ein Kind vor sich hat, wo die Symptome passen, wo man tatsächlich einen Verdacht hat auf eine späte allergische Reaktion und denkt, aha, dieses makulopapulöse Exanthem könnte durch ein Antibiotikum verursacht worden sein, dann sollte man nicht sagen, okay, lassen Sie Penicilline in Zukunft einfach weg, sondern dann sollte man dem nachgehen. Konkret heißt das, man bestellt die Familie in vier Wochen wieder ein und gibt dem dann gesunden Kind das Antibiotikum in therapeutischer Dosis. Dann beobachtet man das Kind eine Stunde lang und wenn alles okay ist, gibt man das Antibiotikum mit und die Eltern sollen dann zu Hause dem gesunden Kind das Antibiotikum für zwei weitere Tage geben. Bei Hautveränderungen sollen Sie sich dann wieder vorstellen. Wenn aber bis 48 Stunden nach der Provokation nichts auftritt, dann ist die Allergie vom Tisch. Dann hat man diese Antibiotika-Allergie, diese fragliche, delabelt. Wichtig ist, das sollte man dann auch klar kommunizieren. Wenn das Kind aber wieder eine allergische Reaktion zeigt, dann sollte man das im Allergiepass vermerken, beispielsweise allergische Reaktion auf Amoxicillin mit makulopapulösem Exanthem am fünften Tag. Außerdem sollte man sichere Alternativen testen und auch das im Ausweis vermerken. Außerdem interessant, nach drei bis fünf Jahren ist so eine Allergie auch manchmal wieder verschwunden und dann kann man die Testung wiederholen und gegebenenfalls eine Allergie wieder delabeln. Also eine ganz klare Handlungshilfe, die hier erstellt worden ist und die wirklich gut dazu beitragen kann, solche vermeintlichen Antibiotika-Allergien vom Tisch zu bekommen. Dr. Lange, gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten? Also das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, aber das ist was, was ich einfach auch als Allergologe fast jeden Tag erlebe bei den verschiedensten Themen. Die Worte einer Ärztin, eines Arztes sind mächtig und wenn wir dem Patienten sagen, weiß nicht, könnte auch eine Allergie sein, aber ist egal, komm, wir nehmen jetzt irgendwas anderes. Das bleibt den Eltern im Kopf, das bleibt den Menschen im Kopf und ich möchte plädieren, dass man entweder sowas nicht sagt oder die entsprechenden Konsequenzen daraus zieht. Nicht einfach irgendwas vermuten, wo man jetzt denkt, ach, das hat jetzt überhaupt gar keine Konsequenz, aber die Eltern hören zu, die Patienten hören zu, haben vielleicht nicht alles im Kopf behalten, was sie sagen, aber das Wort Allergie kann man sich gut merken und damit haben die dann irgendeine Unsicherheit, die dazu führt, dass das kleben bleibt und das muss raus aus den Köpfen. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass die Medikamente, die wir haben, dass die Antibiotika, die wir haben, eingesetzt werden können, damit wir eben Resistenzbildung vorbeugen können, damit wir auch in 30 Jahren noch die Patienten gut behandeln können. Sagt Dr. Lars Lange, Vizepräsident der Gesellschaft für Kinderallergologie und Leiter der Arbeitsgruppe Arzneimittelallergie. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast waren. Sehr gerne, vielen Dank auch. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt doch einfach auf Abonnieren und außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Amboss Podcast weiterempfehlt. Falls ihr die Amboss App noch nicht runtergeladen haben solltet, kann ich euch nur herzlich dazu einladen. Probiert es einfach mal aus. Fünf Tage kann man es kostenlos testen und dann könnt ihr sehen, ob das was für euch ist oder nicht. Go.amboss.com slash podcast ist der Link zu unserer Podcast Page und die App kann man runterladen überall, wo man Apps runterladen kann. Ansonsten macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.